Hallo ihr Lieben und hier noch ein weiteres neues Video, dieses Mal mit den Brasils. Da ich weiß, dass nicht jeder oder wahrscheinlich auch ein sehr wenige sowas haben, können wir das ganz einfach ändern, indem du nämlich zwei 0,5 Liter PET-Flaschen nimmst. Diese füllst du ungefähr zur Hälfte mit Wasser. Und dann können wir hier genauso schütteln, als ob wir unsere Brasils hätten. Ich werde die Brasils nehmen, einfach aus dem Grund, weil die leiser sind als die Flaschen und sonst hört ihr mich wirklich nicht. So, und dann können wir auch schon loslegen. Ein kleines Warm-up, zwei, drei Minütchen, Hüftbreiter statt, Arme lang, die Arme mal zur Decke und langsam tief. Hoch, tief. Beim nächsten Mal kommst du mit auf die Zehenspitzen ab. Ab, komm mal hoch, ab, zweimal noch, ab, letzter, hoch, ab. Matsch rechts, ganz locker marschieren. Du nimmst ganz locker die Arme mit und vielleicht merkst du schon, dass dieses Wasser, das du jetzt in deiner Flasche hast, so ein bisschen beginnst, so schwachen, aber das ist gut so, denn da kommen wir an die Tiefe zu. Dann beginnst du mal den Wechsel, während du marschierst, deine Schultern zu reißen. Noch vier, drei, zwei, weiter ab, hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab. Marschieren rechts, ganz locker, vier, drei, zwei, zwei, beide Schultern kreisen. Weit mit ihm, vier, drei, zwei, komm nach oben mit den Armen, komm auf die Zehenspitzen, hoch, noch zweimal. Schmatsch rechts. Reißen, wechsel deine Schultern. Vier, drei, zwei. Alter, anschauen. Tipp vor. Vor, vor, vor. Vier, drei, zwei. Den Beide Arme mal ganz locker. Lass die Arme mal lang. Und auch hier merkst du, das Fahrzeug kommt hier in Bewegung hinein. Vier, drei, zwei. Halt an, komm wieder nach oben. Hoch, ab, hoch. Noch zwei. Maschieren. Vier, drei, zwei. Reise bei, schütteln. Vier, drei, zwei. Und tipp nach vorne, lass die Arme lang. Sie kommen und zurück mit. Vier, drei, zwei. Maschieren. Und schauen mal. Tipp zur Seite. Reise bei, rechts, rechts und links. Die Arme nimmst du hier nach vorne, upright row. Zieh die Elmungen nach außen. Vier, drei, zwei. Und verschiebt. Ganz locker. Kleine in der Bewegung. Vier, drei, zwei. Hälst ab. Atmest ein. Atmest aus. Atmest ein. Aus. Ein letztes Mal. Kreuzig auf. Und dann starten wir mit dem Hopp. Wichtig ist es, stabil zu bleiben. Nicht aus den Handgeläppen herauszuschleudern, sondern aus den langen Armen. Schultern tief. Jetzt geht's im Westen. Vor. Rück. Kappen, Mitte fest. Stabil. Zieh den Bauch an. Hör, wie dein Wasser sich bewegt. Flot. Tapp, 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 tapp. Vier. Lange Arme. Zwei. Maschieren dazu. Hopp, 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 hopp. Vier. Drei. Zwei. Alter. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Berge. Jetzt schnell. Komm. Lange Arme. Vier. Drei. Zwei. Maschieren. Komm. Ganz locker. Vier. Drei. Zwei. Weiter an. Ganz schnell. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Maschieren. Und die Arme wieder locker mit. Kannst du auch gerne so ein bisschen. So ein bisschen die Arme nach hinten nehmen. Paschieren ganz locker. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Jetzt beide auch. Acht. 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 Vier. Drei. Zwei. Alter. Lang und schnell. Acht. Sieben. Sechs. Schultern tief. Vier. Drei. Zwei. Maschieren. Ab. Vier. Drei. Zwei. Komm in den Steptouch. Seit. Seit. Ganz einfach. Seit dran. Doppelsteptouch. Komm zweimal hier rüber. Und zweimal rüber. Zwei mal rechts. Zwei mal links. Plotenz. Ab. Ab. Und deine Arme. Mitteln. Vorüber kreuz. Handflächen zeigen zu dick. Ab. 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 Vier. Drei. Zwei. Was bleibt. Komm. Ab. Ab. Maschiert. Links. Links. Steptouch. Komm. Komm. Jetzt gehen deine Arme wieder nach vorne. Aber die Handflächen unten. Komm direkt in den. Dann ist der Push. Ab. 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 Zieh. Zieh. Lange Arme. Schulter nach unten. Vier. Noch viermal. Es ist nicht sehr schnell. Es ist nicht sehr schnell. Ganz bewusst so gewählt. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und der letzte. Und der letzte. Maschiert. Nehmen wir jetzt hier nach hinten. Wenn du so ein bisschen hier hinten was runterschicken wolltest. Ganz bewusst deine Arme. Hör einmal. Hör einmal. Hör einmal. Wieder ein Wasser. In der Bewegung. Vier. Drei. Zwei. Lätsch. 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 Ausführungs. Hoch. Ab. Hoch. Atmen. Knie. Ab. Knie. Und noch vier. 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 Drei. Zwei. Letzter. Jetzt pass auf. Es geht hoch. Ab. Hoch. Ab. Hoch. Schicht. Hoch. Viermal. Drei Mal. Zweimal. Letzter. Komm nach oben. Schicht. Bleibe hier. Lange Arme. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte an. Sechze den rechten. Fuß nach vorne. Auf. Nimm das Gewicht nach vorne. Ich zeige es jetzt nochmal von der Seite. Bin wieder gegenseitig. Rechter Fuß ist vorne. Jetzt das Gewicht hier nach vorne verlagern. Arme tief. Nimm die Ellen. Strecken. Ramm. Strecken. Ab. Ganz dynamisch. Trizeps. Ab. Aber bitte nicht hier hängen, ja? Lass die Schulter nach unten ziehen. 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 Ab. 13, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und löst. Ziehst du das Bein wieder ran, dass die Hände auf die Ohne stehen. Tief und oben. Gerade, komm nach oben. Tief und gerade. Komm nach oben. Tief und gerade. Komm nach unten, letztes Mal hin. Komm noch einmal nach unten. Und gerade mit dem Bleibieb. Deine Arme sind sie gut, es geht gestreckt. Bauch einziehen, Schultern nach oben. Lass nur deinen linken Arm zu decken. Komm zurück. Rechter Arm zu decken. Komm zurück. Links. Komm zurück. Rechts. Komm zurück. Und jetzt kommt der linke Arm hier hoch. Und du schenkst. Lange Arm. Bitte nicht hier aus dem Hand gehen. Lange Arm. Komm tief. Wechsel mal. Auch hier ein langer, langer Arm. Komm zurück. Wechseln. Wechseln. Komm zurück. Wechseln. Komm zurück. Jetzt kommt noch was dazu. Ein Tauchen. Komm nach oben. Shake. Tauchen hier nach rechts ein. Handliche Zeit sind weg. Shake. Hoch. Shake. Tauchen. Shake. hoch. Shake. Tauchen. Shake. Und das Ganze bitte nur mit deinem linken Arm. Tauchen. Komm nach oben letztes Mal. Tauchen. Komm zur Mitte. Und nicht wirren. Wir wirren ab. Hinreiz. Schulter nach vorne. Roll dich wieder mit dem Wirbel ab. Irgendwann beugst du deine Knie. So dass du die Hände aufsetzt und dann bist du in den Vierfüßlern gestanden kommst und von dir hinein setzen. Stell die Füße auf. Gerben die Fußspitzen zur Decke. Knie zeigen zur Decke. Leg mal kurz die Brassel ins zur Seite. Und die Hände jetzt in die Knie. Zieh dich lang und roll dich mal zurück. Lass den Bauch nach innen fließen, bis deine Arme gestreckt sind. Zieh dich wieder lang. Und dann roll dich wieder zurück, bis die Arme gestreckt sind. Zieh deinen Bauch nach innen ein. Und dann roll dich wieder zurück. Lass den Bauch nach innen fließen. Letztes Mal. Zieh dich hinein. Und die Brassiers. Nehmt die leichtere Variante erstmal. Nehmt die Rindbeladel und Kappe. Geht hin. So weit. Nicht so weit. Räuch nicht tief. Und höher nicht hoch. Noch mal tief. Tief. Tief, 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 hoch, hoch, hoch. Es ist ganz langsam. Lass ihn auch noch eben fließen, die Schultern sind locker. So, zwei Mal noch und langsam. Ein letzter, tief. Und langsam hoch. Es wird jetzt schnell. Tief, 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 hoch, vor, tief, 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 tief,art. Oder schön, zwei, tack. Ausst improve. Tief, tief, hoch, 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 lol. Noch mal rein. Zwei. An der letzte. Du bleibst hier, ich komme nur zu dir, damit du mich besser siehst. Dreh die Hand gleich und zerdeck. Komm tief, hoch. Tief und hoch. Rechte Arm. Tief, hoch. Arm ist lang. Tief, hoch. So, jetzt pass auf. Jetzt kommst du. Tief und shakes. Tief und shakes. Tief und shakes. Ja, merkt man den Kurs, oder? So, vier auf der Lange. Vier. Drei. Zwei. An der letzten. Jetzt beide Arm. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Da merkt man den Winke-Winke ernst. Noch vier. Drei. Zwei. An der letzte. Komm mal hin. Ganz kurz noch, für dich mal nach vorne liegen. Entgülle an die Knie, roll dich zurück. Und langsam hoch. Und noch mal. Komm nach oben. Die Hand, die Hand, sag ich, die Brasilis wieder. Die zwei. Geh die Arme, die Strecken nach vorne. Roll dich tief. Tief, hoch. Und hoch. Roll dich tief. Tief, tief. Roll dich hoch. Und hoch. Noch vier. Drei. Noch zwei. Ein letzter. Und roll dich dann einmal tief nach unten. Bleibe hier. Bleib. Bleib. Wenn du magst, löschst du deinen linken Fuß. Bis den rechten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Arme seit. Voll dich hoch. Komm nach vorne. Richte dich auf. Nehm die Arme seit. Schultern tief. Tief. Zwei. Zwei. Drei. Drei mal tief atmen. Dann drehst du dich nach rechts und nimmst mit den Beinen, Arme nach rechts. Holt dich ab. Holt dich ab. Ab. Und wenn du hoch kommst, shakes. Ab. Ab. Wenn du hoch kommst, shakes. Ab. Ab. Schenke nach oben. Nächster. Jetzt mach was umgekehrt. Schenke tief. Tief. Voll dich hoch. Und hoch nochmal. Tief. Schenke. Voll dich hoch. Wir haben noch zwei. Tief schenken. Hoch. Letzter. Tief schenken. Voll dich hoch. Komm zur Mitte. Zur anderen Seite. Nach links. Schultern tief. Voll dich ab. Ab. Shake dich hoch. Voll dich ab. Ab. Shake dich hoch. Voll dich ab. Ab. Shake dich hoch. Letzter. Jetzt ist es umgekehrt. Shake dich tief. Schenken. Roll dich hoch. Und hoch nochmal. Shake dich tief. Roll dich hoch. Shake dich tief. So, einen machen wir noch. Shake dich tief. Roll dich hoch. Und hoch. Komm zur Mitte. Löse. Und wir gehen einfach hier ganz einfach über die Seiten und oben. Für eine zweite Runde. Hirnstehen. Du kommst in eine breite Krippsche. Kommst hier ein bisschen in die Knie. Bitte achte drauf, dass nicht das hier passiert, dass die Knie nach vorne gehen. Sondern deine Knie sind immer hinter deinem Fußspitz. Senk dich ab. Senk dich ab. Zeig dich seit. Verrhein. Seit. Rand. Handflächen. Zeig nach vorne. Zack. Komm. Dynamisch. Schneller. Start. Komm. Schön zur Seite nach. Lass die Seiten arbeiten. Achtung. Und jetzt nur die linke Seite nach rechts. Vier. Drei. Zwei. Bleib jetzt hier ganz platt. Bleib dich weit zur Seite. Shake. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und du hübsch. Schließ die Füße. Und kommst in Gänsefüße. Dein rechter Fuß. Ich bin gegengleich. Steht vor dem linken. Jetzt musst du schon mal hier so ein bisschen stabilisieren. Aufrichten. Bauch einziehen. Schultern tief. Arme seit. Und du schenkst mal gegengleich. Vier. Drei. Zwei. Halte ab. Arme tief. Arme ran. Jetzt gleichzeitig. Vier. Drei. Zwei. Halte ab. Arme tief. Arme hoch. Gegengleich. Und jetzt kannst du versuchen, du mal auf die Zehenspitzen zu kommen. Wieder tief. An und rein. Und tief. Halt. Halt an. Arme tief. Arme hoch. Schultern tief. Gleichzeitig. So. mit dem Knie in die vordere Knie kämpfen. Schenk dich hoch. Und ein letztes Mal tief. Hoch. Und du löst, kommst zurück in die Grenchen. Denk es wieder dran, die Knie bleiben hinten mit dem Fußspitz. Senk dich etwas ab und beginn mit dem Nächsten. Satt und Mitte. Satt und Mitte. Satt und Mitte. Werde schnell. Ab. 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 Vier. Drei. Zwei. Nun noch längstens. Ab. Ab. Zack. Finalisch. Bleib jetzt hier. Shake. 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 Vier. Drei. Zwei. Und los. Schließ die Füße. Nimmst deinen linken Fuß von den rechten in die dänten Füßchen. Stabilisierst dich. Arme seit. Und beginnst gegengleich zu shaken. Vier. Drei. Zwei. Halt die Arme. Komm tief. Wieder auf die Arme. Gleichzeitig. Und langsam ab. Arme seit. Gegengleich. Und versuche jetzt hier auf die Zehenspitzen zu fallen. Es ist praktisch. Das darfst du bezahlen. Arme seit. Komm tief. Komm tief. Komm tief. Arme einmal tief. Hoch. Und beide gleichzeitig shaken. Komm nochmal. Auf die Zehenspitzen. Komm nach unten. Auf die Zehenspitzen. Und noch ein letztes Mal. Die Zehenspitzen. Beine schenken. Gleichzeitig beide Arme. Arme tief. Arme hoch. Schäfe gegen gleich. Schäfe das Gewicht auf das hintere. Das rechte Bein. Komm tief. Und komm nach oben. Und noch einmal. Und erlöst. Püße parallel Arme tief. Links. Knie. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Hoch und ab. Und jetzt pass auf. Jetzt shake es los. Shake. Ab. Shift. Ab. Shift. Ab. Shift. Ab. Zwei. Ab. So. Jetzt bleib dein linkes Knie oben. Und du shakst. Stabilisierst dich. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und erlöst. Fuß ab. Hände auf die Obersche. Tief. Und. hoch. Gerade. Und in. tief. Runde Rücken. Gerade. Und in. Noch zweimal. Und ein letztes. Jetzt kommst du wieder tief. Runde sich. Gerade Rückenarm ist gut gespräch. Nimm deinen rechten Arm, hin nach oben, ran, links, ran. Komm nach oben, shaker, langer Arm und die Seite wechseln. So, und jetzt kommt nur die rechte Seite, komm nach oben, shaker, tauche ein nach links, shaker. Noch einmal langsam, öffnen, shaker, ab und drauf, das ist Handgelenken, langsam tauchen. Und zum Mitteln, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen flotter, hoch shaker, tauchen ein, shake, komm nach oben, shake, tauchen ein, shake. Genießt die Rotation, noch zwei Kampfer, tief, und der letzte, komm zur Mitte, gerade Rücken, runter Rücken, roll dich auf. Leg einmal deinen Pass ins Weg, reißen auf die Schultern. Atme tief ein, atme tief aus. Letztes Mal. Und das war's an dieser Stelle, wir sehen uns beim nächsten Mal.